Die Welt zu Gast bei Freunden. Das war das Sommermärchen von der Fußball-WM im eigenen Land 2006. Im gleichen Jahr kann die norwegische Polizei das gestohlene Gemälde der Schrei von Edvard Munk bei einer Razzia sicherstellen. Und in Bremen treten zwölf Pferde auf gutem Boden gegeneinander an. Welches Pferd ist der Sieger? Schauen Sie noch einmal ganz genau hin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017